Wir laden Schülerinnen und Auszubildende alle Ausbildungsgänge ein, frühzeitig mit spannenden Themen aus Naturwissenschaft und Technik in Kontakt zu kommen. Mit unserem Schüllabor wollen wir die hervorragenden Möglichkeiten präsentieren, die der MINT-Bereich bietet. In unserem Konzept mit Basisveranstaltungen und weiterführenden Workshops können sich alle wiederfinden. Erhalten Sie aus erster Hand Informationen über ein Studium an einer technisch orientierten Fachhochschule, ein wichtiger Baustein zur Berufsfindung. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit der Funke überspringt.